Ich heiße Paulino Miguel, komme aus Mosambik, habe in Deutschland gearbeitet und studiert. Und jetzt arbeite ich im Bereich Diaspora und Entwicklungspolitik. Und meine Idee für die Zukunft ist, dass wir tatsächlich alles gemeinsam machen. Europäer, Afrikaner, Jadim, alle, dass ich sage, okay, die Welt ist eigentlich eine Welt. Und wir leben eigentlich, man kann heute nicht mehr sprechen, es ist der Süd, der Süd ist gar nicht mehr weit. Das heißt, die Probleme, die den Süden betreffen, die können ganz schnell auch den Norden betreffen. Ich sage mal, im Bereich Umwelt ist es so, dass man heutzutage die Entwicklungsländer durch die Technik, diese Technologie, können die Auswirkungen noch stoppen oder verzorgen. Aber das heißt nicht, dass sie beseitigen können. Das heißt, die Probleme der dritten Welt können genauso schnell Probleme der ganzen Welt sein. Also wenn wir gemeinsam machen, dann, ich glaube mehr, dass wir mehr erreichen können, als bisher. Aber der Weg ist schon richtig. Ja, super. Ja, super.